Nerina, was? Meinst du, sie ist tot? Das weiß man nie. Schaffen wir es ins Auto, Gerda. Es ist höchste Zeit. Gerda, die Stabilisierung. Amakku. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Denn nichts steht uns höher als die Zufriedenheit unserer Kunden. Und warum nehmen wir so einen Zucker und nicht einen Gift? Nur der Zucker besteht aus feinen Kristallen, welche die Atemwege verschließen. So kann ein sicherer Tod eintreten. Zucker kann man nebenbei ohne jegliches Risiko verwenden, was ich vom Gift nicht behaupten kann. Gerda, wie weit bist du? Fast fertig. Ja, ich bin fertig. Musik Musik